Dietrich Schäfer war ein deutscher Historiker. Leben Dietrich Schäfer war der Sohn eines Hafenarbeiters in Bremen und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. In seinem Buch Mein Leben von 1926 berichtet er eindrucksvoll über seine Jugendzeit. Er absolvierte die Volksschule, besuchte dann das Bremer Lehrerseminar und bestand 1865 die zweite Lehrerprüfung mit Auszeichnung. Mit finanzieller Förderung durch den Gründer des norddeutschen Lloyd, den Räder H. H. Meyer, studierte er seit 1868 vorwiegend Geschichte an der Universität Jena, der Universität Heidelberg und der Universität Göttingen. 1871 nahm er am Deutsch-Französischen Krieg als Soldat teil. 1872 wurde er in Göttingen zum Dr. Phil promoviert. Von 1872 bis 1876 unterrichtete Schäfer an der Hauptschule in Bremen. Seit 1876 gab er für den hanzischen Geschichtsverein die Hansarezesse heraus, von denen bis 1913 neun Bände erschien. 1877 wurde Schäfer Honorarprofessor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Jena. 1885 wurde er ordentlicher Professor an der Universität Breslau, 1888 an der Universität Tübingen und 1896 an der Universität Heidelberg. Von 1899 bis 1902 nahm er das Mandat der Universität Heidelberg als deren Vertreter in der ersten Kammer der Badischen Ständeversammlung war. Er wurde 1903 schließlich als Nachfolger von Paul Schäferbuchhorst an die Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin berufen, wo er bis 1921 lehrte. 1903 wurde er zudem ordentliches Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften und 1908 korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Sein Hauptwerk ist die deutsche Geschichte in zwei Bänden, die ab 1904 erschien und oft nachgedruckt bis in die 1920er Jahre in deutsch-national eingestellten bürgerlichen Haushalten häufig gelesen wurde. Schäfer war ein Schüler von Heinrich von Treitschke, teilte mit diesem antisemitische Auffassungen und verstand sich als Erzieher des deutschen Volkes. Er sympathisierte mit dem Eul-Deutschen Verband in der Wilhelm-Demenischen Flottenpolitik sowie der Kolonial- und Ostpolitik. Von seinen Gegnern wurde er wegen seines publizistischen Engagements für die deutsche Flottenpolitik auch Flottenschäfer genannt. Während des Ersten Weltkrieges unterstützte er den uneingeschränkten U-Boot-Krieg publizistisch, für ihn kam nur ein Sieg Frieden in Betracht. 1908 verhinderte er mit einem antisemitischen Gutachten die Berufung Georg Simmels an die Heidelberger Universität. Schäfers chauvinistische Auffassungen führten dazu, dass die Nationalsozialisten den 1929 verstorbenen Historiker als einen ihrer Vorkämpfer betrachteten. Beispielsweise benannten sie die Friedrichstraße in Berlin-Stieglitz 1934 in Dietrich-Schäfer-Weg um. Was in den 1980er Jahren zu einem jahrelangen Umbenennungsstreit führte. Der Streit endete erst 1992 mit der Umbenennung in Karl-Heinrich-Becker-Weg. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden in der sowjetischen Besatzungszone der Aufsatz-Ben-Preußen, Deutschlands Vergangenheit und Deutschlands Zukunft sowie Schäfers Schriften Staat und Welt- und Osteuropa und wir Deutschen auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt. Familie Schäfers Tochter Anne arbeitete bis zu ihrer Heirat mit dem Physiker Alfred Kalene als seine Privatsekretärin und wurde später Abgeordnete im Danziger Volksstark. Schriften Schäfer verfasste zahlreiche Werke zur hansischen, zur deutschen und zur Weltgeschichte. Geschichte des Siebenjährigen Krieges 1874 Die Hansestädte und König Waldemar von Dänemark 1879 Die Hanse 1903 Deutsche Geschichte 2 B.D.E. ab 1904, 10. Aufl 1932 Die Deutsche Hanse 1914 Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches Mein Leben 1926 20 Bis zum nächsten Mal.